So, in diesem Video wollte ich heute mal euch eine interessante Langzeitstudie vorstellen in Bezug auf die ketogene Ernährung gegenüber einer Ernährung, die so generell von der DGE empfohlen wird oder sonstigen öffentlichen Einrichtungen quasi und wie wir das Ganze mal bei Leuten mit Typ 2 Diabetes oder eben Prä-Diabetes mal unter die Lupe nehmen können, was wir da besser machen können. Diese Studie ist nicht eindeutig, das bedeutet, wir haben relativ wenig Leute hier drin, aber wir haben eben die Leute auch randomisiert und wir haben eine ketogene Ernährung mit Leuten mit Typ 2 Diabetes und wir können da einfach mal ein paar Sachen rausziehen, die eventuell mal interessant sind, die man so im Hinterkopf einfach mal behalten kann, aber hundertprozentige Aussagen aus dieser Studie kann man nicht ziehen. Ich möchte euch aber zeigen, was für Sachen da trotzdem dann interessant sind. Also hier geht es nicht um Low-Carb versus High-Carb oder Low-Fed oder was auch immer, sondern einfach nur mal zu gucken, was da eben passiert über 6 oder 12 Monate bei einer Low-Carb-Ernährung oder eben einer, ich sag mal, DGE-Empfehlung. Ja, so jetzt über den Daumen gepeilt. Warum? Wir haben hier Leute mit einem BMI von 25 oder drüber und einen Langzeitblutzuckerwert von 6,0 und da drüber und die haben dann eben auch schon Prä-Diabetes, sind stark übergewichtig oder haben Diabetes, müssen dann entsprechend eventuell auch Medikamente nehmen und es wurde eben vorher in Studien gezeigt, dass es sein kann, dass man mit einer ketogenen Ernährung eben so weit gehen kann, dass man Typ 2 Diabetes eben reduzieren kann, teilweise sogar umkehren kann oder eben die Medikamente dann natürlich immer in Rücksprache mit dem Arzt dann entsprechend auch wieder zurückschrauben kann oder vielleicht sogar aussetzen kann. Habe ich euch am Beispiel meiner Oma zum Beispiel auch mal gezeigt, dass das Ganze auch in der wahren Welt dann entsprechend so funktioniert. So, was ist das Spannende an dieser Studie? Das Spannende ist eigentlich daran, dass die Leute auch wirklich so ein bisschen unterrichtet worden sind, dass den Leuten Strategien auch beigebracht worden sind. Hier unten steht das, wie sie das Ganze über lange Zeit auch durchhalten können, dass es eben positive Effekte hat, dass sie bewusst essen sollen, was ja eine sehr wichtige Sache ist. Und das bringt euch nichts, wenn ihr einfach nur einen Ernährungsplan oder ähnliches bekommt, einfach das strikt durchmacht, ohne wirklich dann auch das Ganze mal mit ein bisschen Bewusstheit eben angeht und wisst, warum ihr das macht und welche Strategien ihr dahinter verfolgt und so weiter und so fort. Das ist eine wichtige Sache, die man sich auch mal auf die Fahne schreiben sollte. So, also das Interessante hierbei ist, dass man zum einen eben hier unten eine Ernährung hat, wie sie eben so den öffentlichen Stellen entspricht. Also man hat 45 bis 50 Prozent Kohlenhydrate. Man soll aber einfach ein bisschen weniger essen, sich generell gesünder ernähren, das Fett ein bisschen runterschrauben und so weiter und so fort. Also das, was man eben so standardmäßig da draußen kennt. Auf der anderen Seite haben wir eben eine sehr Low-Carb-Ernährung und ja, wie eine ketogene Ernährung, indem man eben die Kohlenhydrate zwischen 20 und 50 Gramm hält und das Ganze auch im Blut eben mit den Ketonen misst. Die sollten dann zwischen 0,5 und 3 Millimol dann eben sein. Also eine ketogene Ernährung und das in Bezug oder im Vergleich eben zu einer DGE-Empfehlung, sage ich jetzt einfach mal dafür. So, wir haben insgesamt bei dieser Studie 34 Leute am Anfang. Ja, 14 und 15 Leute dann am Ende noch durch. Das ist natürlich sehr wenig. Das bedeutet, wenn dann nur zwei, drei Leute eben dann ja ein bisschen aus der Reihe tanzen quasi, dann haben wir da eigentlich schon so 10 Prozent Unterschiede. Und das ist natürlich dann auch, ja, eine Sache, wo man dann eben nicht das Ganze auf die Allgemeinheit dann unbedingt übertragen muss. Aber ein paar interessante Punkte kann man sich rausziehen. Und zwar, sehen wir uns einfach mal die Daten an. Was ist dabei rausgekommen? Die Low-Carb-Gruppe konnte, wie gesagt, Ad Libidum auch essen. Das bedeutet, die durften so viel essen, wie sie wollten. Ja, die mussten nicht auf Kalorien achten. Die haben einfach nur gesagt bekommen quasi und beigebracht bekommen, welche Nahrungsmittel sie natürlich essen sollen, worauf sie achten sollen, dass sie das Ganze eben entsprechend mit Strategien machen sollten und so weiter und so fort. Was ja zum Beispiel auch in meinem Buch steht, wie den Keto-Start oder sowas, Keto-Quick-Start. Solche Dinge stehen da eben auch drin. So, was ist rausgekommen? Bei der Low-Carb-Gruppe war es so, dass der Langzeit-Blutzuckerwert sich eben hier verbessert hat von 6,6 auf 6,0. Dann ist nicht wirklich viel passiert, ist gleich geblieben. Bei der Moderaten-Gruppe hat sich jetzt nicht wirklich so viel getan wie bei der Low-Carb-Gruppe. Nicht so gut. Ein bisschen was hat sich getan, ist okay, aber jetzt nicht so viel. Bei dem Körpergewicht, bei dem Body Mass Index, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, hat, da haben die ersten 6 Monate ziemlich viel Gewicht runtergezogen quasi. Was heißt viel? Das ist natürlich Ad Libidum und die haben jetzt keine extreme Diät gemacht. Darum ging es ja auch nicht. Aber Gewicht ist relativ runtergegangen, im Gegensatz zu den weiteren 12 Monaten dann. Und das ist auch nicht nur Wasser oder so. Natürlich ist das dann auch entsprechend die Fettmasse, die runtergeht. Bei der anderen Gruppe, die eben diese Standard-Diät gemacht hat, ist am Anfang auch ein bisschen was passiert, aber dann auch nicht mehr wirklich viel. Also man sieht, dass der Körper sich anscheinend schon irgendwie angepasst hat an dieses 500-Kalorien-Defizit. Auch bei den Triglyceriden sieht man jetzt eben diese kleine Gruppe, wo dann eben das Problem ist, selbst wenn man die randomisiert, dass das Ganze dann eben sehr unterschiedlich ist in der Baseline. Das bedeutet, die Low-Carb-Gruppe ist hier mit 102 angefangen und die andere Gruppe schon mit 160. Ja, was natürlich schon ziemlich hoch ist. Die Low-Carb-Gruppe konnte aber nichtsdestotrotz eben noch weiter runtergehen mit ihren Triglyceriden, hat sich dann auch wieder nicht viel getan. Die moderate Gruppe hier, die ist auch dann eben ein bisschen leicht runtergegangen, ist aber komischerweise dann ziemlich wieder nach oben gestiegen. Hier zeigt sich natürlich auch jetzt generell, wenn ich eine Studie machen würde. Ich würde nicht unbedingt eine Messung machen nach zwölf Monaten oder nach sechs Monaten, sondern ich würde es wahrscheinlich persönlich so machen, dass ich die Leute irgendwie so vielleicht alle zwei Tage dann mal für drei Tage nach sechs Monaten reinhole und dann eben einen Mittelwert draus nehme. Weil es kann immer mal sein, dass du dann einen speziellen Tag hattest, wo jemand Geburtstag hatte oder was auch immer. Oder du hast dann eben gewusst, oh, ich muss morgen wieder zum Blut abnehmen und habe mich dann besonders gut ernährt, nochmal die zwei, drei Tage vorher oder so, weil ich natürlich auch immer so ein bisschen dann entsprechend im Kopf habe, ja, ich muss ja gut dastehen, obwohl es natürlich dann auch nicht am Namen festgemacht wird und so weiter. Aber es sind alles Einflussfaktoren, die man eventuell berücksichtigen muss und ich persönlich würde es dann wahrscheinlich so machen, dass ich so einen Mittelwert nehmen würde. Na gut, beim HDL sieht man, dass das leicht höher gegangen ist bei der ketogenen Gruppe. Bei der anderen Gruppe hat sich dann auch nach hinten raus nicht mehr wirklich viel getan, bei der ketogenen Gruppe noch ein bisschen. LDL ist bei der ketogenen Gruppe auch ein bisschen gestiegen hier, was dann auch das Gesamtcholesterin natürlich etwas steigen lässt. Aber das Verhältnis von HDL und LDL ist natürlich dann auch gleich geblieben. Und wenn man sich dann eben mal, hier kommt wieder dieser Wert, den ich euch schon mal gezeigt habe, Triglyceride durch HDL, ist es so, dass der sich eben deutlich verbessert hat. Also die Blutfettwerte generell, Atheosklerose-Risiko und so weiter, ist eben schon gesunken mit der Ernährung, obwohl ich Adlibidum, also so viel ich essen darf, so viel ich essen kann, eben gegessen habe. Hier sieht man auch, die Baseline natürlich dann mit der Ratio ist natürlich hier deutlich höher, verschlechtert sich nachher auch wieder, weil dann HDL eben entsprechend auch gleich bleibt, aber die Triglyceride so nach oben steigen. Und dementsprechend natürlich hier eine ketogene Gruppe eventuell auch ein kleiner Vorteil. Und jetzt kommen wir zu was Interessantem, was da draußen auch diese ganzen Antioxidantien-Typen mal so ein bisschen nachdenken lassen sollte. In jeder Studie, egal ob es jetzt auch vegan ist, High-Carb, Low-Carb, wie auch immer, sobald du die Kalorien reduzierst, sobald du ein bisschen Gewicht verlierst und so weiter, gehen auch solche Sachen wie Entzündungsparameter und so weiter alles Mögliche zurück. Ja, das bedeutet, dass man eben seine Blutwerte generell natürlich durch ein Kaloriendefizit immer verbessern kann. Am besten geht es natürlich immer noch durch ein bisschen Bewegung und dass solche Sachen wie Nahrungsergänzungsmittel, Antioxidantien oder sowas eigentlich im Gegensatz zur Ernährung sehr, sehr kleine Auswirkungen haben. Deshalb die größte Baustelle, die wir haben sollten, ist immer die Ernährung und dann kommt erst der ganze Rest überhaupt. Also hier verbessern sich die Werte eben auch, bleiben aber nach sechs Monaten bis zwölf auch ungefähr auf einem Level, okay? Insulin bleibt ungefähr auch gleich, ist ja auch nicht wirklich viel Unterschied. Bei der anderen Gruppe ist es sogar noch ein bisschen höher gegangen, interessanterweise. Also das ist schon eine eindrucksvolle Sache quasi, was natürlich für Leute, die jetzt auch Insulin spritzen müssten, nicht so positiv ist, weil sie natürlich da immer höhere Blutschschwankungen auch haben können. So, ansonsten Insulinresistenz hier kann man eben berechnen, kann man hier auch nachgucken. Ist eine interessante Sache, wenn man sich das mal so generell anguckt, dass man eben umso höher der BMI zum Beispiel ist, so generell, dass man dann auch statistisch gesehen hier immer Korrelationen hat mit Insulin zum Beispiel, mit Entzündungsparametern und so weiter. Das heißt, umso übergewichtiger du bist, umso mehr Probleme hast du einfach auf verschiedenen Ebenen, Insulinresistenz und so weiter und so fort, heißt einfach, dass das Gewicht eben ein extrem großer Faktor auch ist, ja, für die ganzen anderen. Und das ist eben so, wenn du übergewichtig bist, wenn du eben mit den Kalorien nicht haushalten konntest, dann ergeben sich daraus meistens sehr viele Folgeerkrankungen, auch wie Gluthochdruck und so weiter und so fort. Und das ist eben die, ja, meiner Meinung nach eben die Grundbasis der ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir heute haben, dass wir eben einfach oder dass die Leute einfach sehr viel Kalorien zu sich nehmen, immer übergewichtiger werden und es kommt darauf nicht an, dass die Leute jetzt Fleisch essen, Fett essen und so, völliger Bullshit. Es ist einfach nur das Übergewicht, was eben diese Sachen dann eben auch nach sich zieht. Natürlich Qualität der Lebensmittel auch. So, hier ändert sich aber bei der Low Carb Gruppe nicht wirklich viel, bei der Insulinresistenz, ja, da tut sich gar nichts. Bei der High Carb Gruppe wird es natürlich hier, weil das Insulin dann auch ein bisschen höher geht, auch ein bisschen schlechter, geht dann aber auch wieder runter. Also da tut sich jetzt auch nicht so extrem viel, dass man sagen könnte, jo, die ketogenen Leute sind jetzt nach zwölf Monaten insulinresistent geworden. Auch völliger Bullshit in dieser Hinsicht. Wer das behauptet, man sollte jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt zwölf Monate voll Ketogen durchgezogen hat, sollte man nicht unbedingt einen Glucosetoleranz-Test machen und 70 Gramm Glucosetrinken, ja. Das ist natürlich für den Körper jetzt auch wieder was ganz Neues und der müsste sich auch erstmal ein paar Tage wieder umstellen, dass er mit den Kohlenhydraten arbeiten kann. Das sollte eigentlich jedem klar sein, dass man sowas nicht macht und eine Insulinresistenz bekommst du einfach nicht durch eben eine ketogene oder Low Carb Ernährung. So. Blutdruck, das ist interessant. Da sieht man mal wieder, dass die Ernährung generell jetzt auch nicht so viele Unterschiede macht, ja. Das bleibt alles gleich. Der Blutdruck ändert sich überhaupt nicht hier, ja. Das ist immer noch erhöhter Blutdruck und geht natürlich dann auch wieder einher mit der Ursache, dass man einfach übergewichtig ist, dass man sich einfach deutlich weniger bewegt. Und solche Sachen wie Blutdruck, die bekommt man relativ gut und relativ schnell auch in den Griff, wenn man zum einen auch mal eine ordentliche Diät macht, wo man eben ein bisschen weiter runter geht mit den Kalorien quasi, wenn man abnimmt und wenn man zusätzlich natürlich auch noch Sport treibt. Da zeigen die Studien ganz eindeutig, dass sich damit der Blutdruck noch deutlich besser in den Griff bekommen lässt und deutlich schneller in den Griff bekommen lässt, als mit irgendwelchen Supplements, OPC, Arginin, was die Leute da alles so nehmen, Vitamin C. Ja, also völliger Bullshit, Nahrungsergänzungsmittel dafür zu nehmen, um den Blutdruck zu senken, wenn ich das doch eigentlich kostenlos einfach mal mit täglich irgendwie 30 Minuten spazieren gehen, ruhig ein bisschen schneller, ein paar Liegestütze oder sonst was erreichen könnte. Aber die Menschen sind halt faul, kann man leider nichts machen. Kalorien, welche Kalorien haben die Leute aufgenommen? Das ist natürlich jetzt auch eine interessante Sache. So, jetzt haben wir gesehen hier oben beim Körpergewicht, da hat sich jetzt nicht wirklich viel getan, weil die, ja, die wurden natürlich auch entsprechend gematcht. Die konnten Ablibidum essen, das bedeutet so viel sie wollten. Sie haben aber hier in der ketogenen Gruppe automatisch einfach schon mal 300 Kalorien weniger gegessen ungefähr. Ja, 350 Kalorien weniger gegessen und das ist dann ungefähr gleich geblieben, auch nach 12 Monaten. So, dadurch ergibt sich natürlich jetzt auch dieser leichte Gewichtsunterschied, ne, zur Baseline vorher. Allerdings tut sich dann auch nicht mehr viel beim Gewicht, weil die haben keine Diät gemacht, wo sie dann noch weiter jetzt runtergegangen sind mit den Kalorien oder mit den Kalorien Verbrauch, denn sie haben ja einfach keinen Unterschied. Und dementsprechend passt der Körper sich natürlich auch diese 300 Kalorien. Das ist nicht wirklich viel. Da passt der Körper sich ein bisschen an. Es ist ein bisschen weniger Verdauung und so weiter und so fort. Das ist aber nicht ein einschlafender Stoffwechsel oder sowas, ja. Das ist völliger Quatsch. Denn genau das Gleiche passiert, wie wir hier sehen, auch bei einer ganz normalen Standard-Diät mit 500 Kalorien-Defizit. Am Anfang haben sie das Ganze noch ganz gut durchgehalten hier. Da haben sie ihre 500 Kalorien eingehalten. Danach wurde es eben auch immer schwerer und die haben dann auch wieder mit den Kalorien ein bisschen geschludert und haben das Ganze wieder erhöht. Bedeutet also, über lange Zeit das durchzuhalten, das ist eben auch ein sehr wichtiger Aspekt. Und da ist es dann am Ende, ist es mir völlig egal, was für eine Diät ihr macht. Wenn ihr Langzeit eben dann gute Blutwerte habt und daran euch halten könnt und euer Gewicht Langzeitmäßig verliert, ist es im Prinzip egal, ob ihr das jetzt unbedingt voll ketogen macht, ob ihr das eher low carb macht oder wie auch immer. Hauptsache ihr haltet es durch. Das ist das Wichtige. Die Kohlenhydrate waren hier natürlich deutlich reduziert bei der Ketogen-Gruppe bei 44, hier bei 160. Wobei die es auch schon gut reduziert haben, würde ich mal sagen. Die gehen schon Richtung low carb. Diese sind dann eher so diese 40% oder so, die man dann eben drin hat. Interessant aber auch, dass die low carb Gruppe oder die ketogene Gruppe dann eben auch nicht mehr anscheinend voll ketogen war. Wäre jetzt auch noch schön hier zu sehen, wie eventuell Blutparameter oder so über die Zeit gewesen wären. Viel mehr interessante Daten wären für mich jetzt zur Beurteilung natürlich noch viel besser. Aber man sieht, dass sie eben auch die Kohlenhydrate wieder erhöht haben, was natürlich dann auch wieder darin resultieren kann, dass hier auch entsprechend der Langzeitblutzuckerwert wieder leicht steigt. Solche Dinge. Also was wäre gewesen, wenn man wirklich die ketogene Ernährung voll durchgezogen hätte? So, ansonsten bei dem Fett natürlich genau das Gegenteil. Die low fat Gruppe Fett reduziert, hat nachher wieder geschludert, ist dann wieder mit dem Fett ein bisschen hoch. Die ketogene Gruppe ist dann eben mehr mit dem Fett geworden und so weiter und so fort. Was ich jetzt komisch finde oder was ich interessant finde, was man eben berücksichtigen muss, dass man diese Gruppen auch nicht wirklich hundertprozentig miteinander vergleichen kann, ist das, was Protein eben auch dann unterschiedlich war. Gerade nach zwölf Monaten ist der Unterschied doch schon deutlich. Also hier sieht man, die eine Gruppe ist bei fast 100 Gramm und die andere nur bei 70, also sind schon 30 Gramm weniger. Und wie man nur 69 Gramm Protein zu sich nehmen kann, das kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Aber es scheint dann eben mit einer normalen standardwestlichen Ernährung deutlich schwieriger zu sein, als eben mit einer ketogenen Ernährung, was auch logisch ist mit den ganzen Tierprodukten. Und dementsprechend hier, wenn man auf das Protein gleichzeitig kommen möchte, eventuell auch mal eine ketogene Ernährung in Betracht ziehen. So, ansonsten hier sehen wir das Problem, was passiert, wenn eben sehr wenige Leute dabei sind, dass wir eben jetzt auch grundsätzlich schon zwei Gruppen haben, die sehr weit gestreut sind. Ja, die Very Low Carb Gruppe hier, die ist nicht so breit gestreut wie eben zum Beispiel die andere Gruppe. Also hier natürlich schon Probleme, rein optisch gesehen, der beiden Gruppen. Ja, dass es hier eben eine sehr breite Streuung gibt und dann ziehen die da oben natürlich auch den ganzen Durchschnitt wieder durcheinander. Aber dafür gibt es hier unten auch wieder welche und dann passt es wieder. Generell kann man aber sagen, dass die Low Carb Gruppe oder die ketogene Gruppe doch im Hinblick auf einiger Blutparameter mehr Vorteile gezeigt hat, jetzt in der Überblick, in der Übersicht, als eben diese ganz normale Diät, die viele eben da draußen machen. So, generell auch hier die Limitationen natürlich berücksichtigen. Es ist eine kleine Gruppe. Man kann es nicht unbedingt generalisieren. Man kann jetzt nicht sagen, die DGE muss ihre Diäteempfehlungen umstellen. Wird die sowieso nicht machen, ganz klar, weil es für viele dann wahrscheinlich auch nicht einfach ist durchzuhalten. So, ansonsten ist es aber so, dass diese Ernährungsform, die ketogene Ernährung oder die Low Carb Ernährung auch ad Libidum. Ja, ihr könnt so viel essen quasi, wie ihr wollt dann, dass es jedenfalls erstens keine negativen Effekte hatte. Ja, es hat euch nicht die Insulinresistenz gekostet. Es hat nicht eure Triglyceride durch die Decke schießen lassen. Es hat nicht euer Körpergewicht nach oben schießen lassen. Euer Blutzuckerwert ist gesunken und so weiter und so fort. Was wir rausnehmen können, ist auf jeden Fall, dass die Low Carb Ernährung, die ketogene Ernährung, auf jeden Fall, was wir hier so sehen, keinerlei negativen Effekte gezeigt hat. Okay, erstmal dazu. Punkt Nummer zwei ist natürlich, dass das natürlich dann eine Möglichkeit ist, gerade für Typ 2 Diabetiker oder Leute, die schon eine Insulinresistenz entwickeln gerade, entsprechend mal zu überlegen, vielleicht, wenn ich sowas mache, wenn ich eine Diät mache, dass ich das Ganze Richtung Low Carb, es muss ja nicht unbedingt voll ketogen sein, ja, dass ich aber Low Carb anfange, Kalorien reduziere, Gewicht drunter schraube, dadurch natürlich auch deutliche Vorteile habe in meinen Blutparametern und das vielleicht mal im Kopf behalten kann, wenn ich entsprechend mal vielleicht loskommen möchte von den Medikamenten, von der ständigen Kontrolle, den ständigen Pieksen in den Fingern und so weiter und so fort. Einfach mal generell auch die Ernährung umzuschalten und da einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Und ich kann euch das an einigen Beispielen auch zeigen. Ich habe ja auch schon ein Video gemacht bei Typ 1 Diabetikern zum Beispiel, die auch ihre Blutzuckerwerte dann in den Griff bekommen haben und so weiter. Wie gesagt, nochmal hier am Ende zusammengefasst. Diese Studie nehme ich nicht ran, um irgendwie Low Carb oder Ketogen mit irgendwas anderen zu vergleichen. Die Studie hat natürlich sehr viele Limitationen, wie wir eben jetzt auch schon festgestellt haben, wo man darauf achten muss. Die beiden Gruppen sind ja auch nicht vom Typ her gematcht. Ja, die einen konnten Ablibidum essen, die anderen mussten 500 Kalorien weniger essen und so weiter und so fort. Also da gibt es natürlich schon deutliche Unterschiede. Aber was ich daraus ziehe aus dieser Studie ist eben, dass eine ketogene Ernährung auch mit so viel essen, wie man möchte quasi und man ist auch satt, also bewusst essen und so weiter, diese ganzen Faktoren eben dazu führen, dass die Blutwerte sich verbessern und nicht, wie viele da draußen eben behaupten, durch höhere Cholesterinaufnahme, Insulinresistenz, bla bla bla, was ihr so kennt. So, das dazu, das hoffentlich sehr interessant für euch auch mal so im Hinterkopf zu behalten. Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich einige Sachen noch anders gemacht, mehrere Tests auch gemacht, also mehrere Tage eben auch mal getestet, um wirklich sicher zu sein. Ansonsten eine sehr interessante Studie in dieser Hinsicht. Und das war es mit dem Video. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, habt ihr euren Blutzucker mal gemessen, hat der sich verbessert, auch Langzeitblutzuckerwert, wie sieht es mit euren Cholesterinwerten aus, solche Dinge. Ja, wie haben sich eure Blutparameter, euer Wohlbefinden natürlich auch verbessert? Wie seid ihr am besten damit zurechtgekommen über die lange Zeit? Und solche Dinge könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, damit auch andere Leute, die jetzt auch Diabetes haben oder ähnliches, übergewichtig sind, vielleicht mal aus euren Kommentaren auch lernen können. Und ich mir natürlich dann auch einige Rückmeldungen von euch holen kann, wie ihr damit am besten zurechtgekommen seid. Das dazu, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben, denn das hilft auf jeden Fall immer für Rückmeldungen von euch. Kommentare unten rein, ob euch das Video gefallen hat, ob das nützlich war oder nicht. Und wenn ihr mich unterstützen wollt für solche Videos, könnt ihr das gerne auch in der Videobeschreibung machen und entsprechend findet ihr da weitere Informationen dazu, wie das geht. Das war's, ich bin raus, bis zum nächsten Video.